Mein Name ist Dimitro Swidis, ich bin 17 Jahre alt, meine Position ist M-Verteidiger. Meine bisherigen Vereine waren der F1 und jetzt der Stuttgarter Kickers. Meine persönlichen Ziele ist es, Fußballprofi zu werden und Ziele mit der Mannschaft in die Bundesliga aufzustellen. Wir sind die Promete, wir sind die Promete. Wir sind die Promete und Sieg und ich bin 18. Outro Ja! 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 Einst du hier für die Kickers! Guter Ball... Jaaaa!!! Jawohl! Joeis! Roman, das war dein Junge! Wo ist er? Danni, du mal kurz. Ja, 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 ja. O ja, Traumtor. Svenis, seid dritten Sortinteår. Und das schönste, unhaltbar, völlig unhaltbar, 1 zu 0. 2 zu 1 für den Titelverteidiger. Frau Schütze, Bruno Türkeim zum 2 zu 1 in der letzten Spielminute. Leon Dobler, Torsteher von Nord-Türkeim, hat einen neuen Niedergehalt, jetzt noch eine Chance für seine Jungs und TOR 5 zu 0. Dimitrius Wittic, sein zweites Tor für Nord-Türkeim, 5 zu 0 der höchster Sieg, Wörth, und jetzt auch Nord-Türkeim, denn das Spiel ist jetzt zu Ende, 5 zu 0. Düsseldorf bittet zum Fototermin, Düsseldorf zum Fototermin. Düsseldorf, Torsteher von Nord-Türkeim, 4 zu 0. Der war fast schon im Spiel der Liga, aber er hat den 3 zu 0. Ein bisschen mit 10 Toren, ein erfolgreicher Sturm. Hat noch 3 Minuten 30 Zeit und das nächste 4 zu 0. Dimitrius Wittic hat auch sein drittes Tor geschossen, also er hat nachgezogen. Die waren internen Wettkampf. Wittic gegen Dumann, wer trifft am meisten? Elftes Tor für Nord-Türkeim, 4 zu 0 gegen Gaggenau, noch 3 Minuten zu spielen. Vielen Dank. Er hat sich wieder auf den Kopf. Er hat sich wieder auf den Kopf. Vielen Dank.